Kann ich immer noch nix bauen? Ach, kommt schon. Geht ihr drauf? Bau ihn jetzt. Na endlich. Gerade einen verloren. Habe ich nur zwei? Oh, das ist nicht viel. Oh, mein Schiff geht jetzt drauf. Auch nicht so geil. Hammerhart, ich bin so schlecht. Schließt dich dem Commander an. Der wieder mal nix bauen kann. Kill. Ach komm, was soll der Geiz? Ich übergebe ihm das ja auch noch. Brauche ich nicht. Kriegst du? Danke. Okay. Puh, aber wir können den schon ganz schön gut schnell bauen. Jetzt haben wir drei. Und der baut den bestimmt schon viel schneller. Ist dein Fatboy bei dir fertig? Boom, habe ich einen verloren. Okay. Wie viele habe ich bei dir? Okay, mir scheint noch einigermaßen synchron zu sein. Oder auch nicht. Ich hoffe, der besiegt mir dann wenigstens noch. Auch in meiner Version hier die Basis. Commander mir machen folgendes. Du baust den hier fertig. Und dann baust du mir die Gun. Mit ein bisschen Luftabwehr und Schild. Und dann wieder Fatboys. Okay, Flugzeuge könnt ihr euch natürlich auch hier reparieren. Kein Ding. Sollte ich nicht mal einfach mit Fliegern da angreifen? Komm, ich muss was tun. Okay, Bomber. Oh Mann, wo waren denn die Stromgeneratoren? Ich muss was tun. Boom, komm schon. Es gibt eine schöne Explosion. Okay, wir verziehen uns, fahren meine Bomber unten rechts. Witz! Kommando unten, jetzt tot bei mir. Irgendwo ein Fatboy am rumstehen, nein, das heißt, ich bin jetzt schneller wie er, zeitlich näher, diesen kleinen Bomberangriff und kann auch wieder was bauen. Ja, ja, die E.ON, fünf Stück, das sind immerhin zwei mehr wie vorhin und er kommt gleich mit vier Spinnen, Spiderbots oder wie das Ding heißt, brauche ich den dann überhaupt noch den Duke E.G.A.L. Ihr habt alle Economy, ne? Komm, ich brauche mehr Masse. Komm, ich brauche mehr. Komm, ich brauche mehr. Komm. 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 Komm, ich brauche mehr. Komm. Boom. es ist fertig und darf sich jetzt um die großen gebäude kümmern hier hier das macht sinn ach shit schon wieder einheiten limit ist doch kacke da nimm ich das auch noch und den sollte ich behalten tja 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 was mache ich jetzt verliere ich vielleicht wieder ein paar achtung bomber hängst du fest oder was wo ich könnte mal alle schilde anwählen die ich habe und auf t3 gehen das hat er schon lange gemacht jetzt baust du fährt bei nummer zwei ach du bitte ein eco update ach komm kann ich echt schon wieder nicht bauen ehrlich macht mir alles weg jetzt kommt schon und wenn die insel leer ist dann kommen die spider boots da war doch was so sobald was sie sehen ho schießt seiner mit ja schießt und so ich so eine noch komm die und das war ich aber für Ehrlich, jetzt habe ich immer noch das Einheitlimit. Ach ja, wir könnten jetzt auch auf Atombomben umsteigen vielleicht. Aber da er ja keine Basis hat. Das ist echt doof. Okay, mal die Aufklärer. Na? Ach Gott, ich habe ja sowieso überdreben viel. Tja, was nun? Nehmen wir euch und ich hätte von euch gerne noch zwei solche Oboote im Wasser, bevor ihr wieder den Commander unterstützt und hier muss ich jetzt einfach... Guck mal, wo kommt denn ihr her, Kill? Wo baue ich denn Transporter? Ist das was gebracht? Nein, ich muss noch mehr loswerden. Shit! Komm hier, geht drauf. Und hier geht auch noch drauf. Und damit läuft wieder ein Fatboy, gut. Du fährst dann da hoch. Was hast du für eine Super-Einheit? Ein Fatboy, okay. Was müssen wir tun? Black Sun schützen. Okay. Patrouilliert mal hier. Oh, ich habe überhaupt keine Bomber mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Der wird fertig. Der ist unterwegs und du kannst eigentlich direkt hier ans Wasser laufen. fahren, Entschuldigung, Füße hast du natürlich nicht und du tauch ab und du gehst dahin. Da hin. Baut er hier wieder was auf? Scheint so, steht zumindest wieder ein Schild. Irgendwas passiert ja dann doch noch. Mann auf, fahr du mal, geschwind da hoch. Ich habe mich da reingeschickt, okay. Auch, dass wir die Boden ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Und wir stoppen jetzt die Landproduktion, was soll das? Die brauche ich am allerwenigsten. Ich habe 40, Alter. Hallo, Luft. Das hat aber lang gedauert, bis ihr kommt. Und hier bauen wir jetzt auch nichts mehr. Komm, stopp. Schiffchen wird gebaut. Fettboi wird gebaut. Boah, das ist schon so übertrieben. Ein Multiplay-Matcher würde niemals so laufen. Beziehungsweise so ultra ewig lang gehen. Oh je, hier hängen Schiffe fest. Die da in Wirklichkeit garantiert gar nicht sind. Das muss man... Muss man eigentlich nur warten. So, es kommt wieder irgendwo eine Atombombe, aber wir haben ja vorhin hier oben noch ein Missile-Silo gebaut. Und... Friss das. Das... Okay. Okay. ja ich bin weiter und habe ich was verloren ist mir egal aber eigentlich was mir nicht egal ist ich brauche hier es darf eigentlich gar nicht passieren so commander hat nichts zu tun aber schlecht das heißt ja wir würden gerne wieder fat boys bauen aber immer du ein bisschen weiter vor weißt du was mir helfen dir ich helfe dir jetzt in meiner version bei deinem mavorm ups und hatte kein schild mehr ist aber schlecht wie viel fat boys haben wir eigentlich mittlerweile jede menge und gehst du dazu jetzt müsste doch gleich wieder ein dicker angriff kommen ich bin bei 30 prozent ok da kommen flieger sonst passiert nichts da kommen ein paar boote die sind mir auch egal wie schaut es aus dein schild ist gleich wieder da ist ja nicht viel passiert gesundheitlich hast du ja nichts abgekriegt ok und das zieht ganz schön rein der ist richtig teuer sein commander steht nur rum naja selbst ist der roboter mach ich wieder bomber mittlerweile warum die braucht ihn doch gar nicht bauen kommen mach den raus und nach gerade ist auch egal ach ja muss das schild schon wieder leiden tötet sie komm schon ok was hat denn hier vor das hier scheint eine scheiße ecke zu sein keine luftabwehr black sun 40 prozent oh was macht er denn jetzt hier da baut auch keiner dran offensichtlich da ist doch bekloppt mit dem desinke meine güte dauert er lang ok jetzt kommt die armee jetzt ziehen wir euch mal zurück der wird auf keinen fall rechtzeitig fertig immer da raus und patrouilliert mir hier ein bisschen wasser vielleicht bringt das ja was habt ihr eco update ja ihr seid mir also wichtig also geht nicht drauf kommt denn der jetzt her ja ein schild kannst ruhig reinschießen ja richtig was aus da kommt noch ein paar bomben bomben du hast es hinter dir oh gute nuke strategischer start geortet strategischer start geortet wie ist das eigentlich das ist ja gut strategischer start geortet so strategischer start geortet jetzt wird es zeit dass er den mavor mal fertig baut leute 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 boom jäi jäi kommander was willst du eigentlich tun seid dein ernst und 50 prozent okay sieht doch nach wie vor top aus wenn ich nur mehr bauen könnte ich muss wieder ein paar flieger opfern kill kill was bist du greift ihr mal den an dann kommt er zurück weg du schießt auch drauf sag immer dass da oben ist tja weiß keiner 60 prozent ich mache noch ein paar von euch blatt komm am 1 commander das muss doch jetzt reichen jetzt seit ihr im weg du fährst da hin boom was hast du eigentlich für eine reichweite das ist ja unglaublich du triffst halt nicht du kannst die ganze karte ab bis krasse scheiße oder kommen wieder welche ein stopp das bringt gar nichts komm 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 und ihr müsst auf den so und das brauche ich ja doch noch meine landeinheiten aber eigentlich auch nicht bist du unter wasser okay das ist auch weg der ist auch weg da ist mittlerweile einer fertig geworden der geht dann hier mit hin du darfst hier mit hin und den haben wir auch versenkt sehr gut 70 prozent und der nächste darf dann hierhin es macht eigentlich sein teurer maver maver ich sehe leider nicht ob er schon was gekillt hat ob er überhaupt was bringt aber meine u-bote scheint es geld diesmal wert zu sein ne 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 fahr du nur in die fettbewerse rein gute nacht kommen schon die nächsten schiffe warum immer sein fettbewerb hier unter wasser ist weiß kein mensch wo sehe ich wie viel ich habe keine ahnung 1 2 3 4 5 6 7 der gott nicht mehr 8 9 10 11 12 13 fettbewerse oder scheinen landeinheiten zu kommen flieg mal da hoch und jetzt kann ich gerade auch was bauen dann nehme ich mal zwei und baue mal hier wieder luftabwehr hin weil das nervt mich hier schon die ganze zeit da bauen wir auch noch drei hin und dann gehst du wieder den commander support und der gar keine fat boys baut sehe ich gerade was haben wir denn hier gute atombombe alle da drauf oh 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 wo stürzt sie denn hier verliert ein fettbewerse ein schild das heißt wir machen mal ein bisschen platztausch ganz simpel stress 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 eigentlich nicht wie schaut es denn aus ok 1 von 2 besiegt keine ahnung 85 prozent also das ist schon ziemlich krasse abwärte ich da jetzt stehen habe kommt denn jetzt einmal die landeinheiten her hier ist der lebensmüde ok läuft würde ich sagen und boom feuern sie die plex an ich habe es geschafft und er ist auch bei 100 prozent juhu 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 sie zerstören unsere haupt welten wir haben verloren vergeben sie mir prinzessin die ähre und erleuchtete bittet um frieden ich habe bereits mit brackmann gesprochen wir brauchen berichte über schäden und einsatzfähigkeit ja wir haben es geschafft juhu juhu die mission war ja eigentlich einfach die davor war viel anspruchsvoller naja was soll es das war die uef kampfkampagne war lustig und jetzt schauen wir uns natürlich noch die cyprian und die eon an und natürlich geht es danach sofort ins viel viel bessere addon und natürlich auch demnächst in den multiplayer also wir spielen ja jetzt auch multiplayer aber ins gefecht in diesem sinne haut rein bis zum nächsten mal abonniere abonniere Vielen Dank.